Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoCraft zu heute einer sehr kleinen und kurzen Einsendung, aber definitiv einer Einsendung, die wir uns gemeinsam mal anschauen müssen, denn hier haben wir einen Safe in Minecraft und hier haben wir super duper viele Command-Blöcke und nicht zu sehen, aber tatsächlich gerade da ist der Jonas, denn der hat diese Einsendung eingeschickt. Und das ist eine animierte Tresortür und da bin ich natürlich jetzt mal gespannt, wie krass diese Tür animiert ist. Wir sehen auf jeden Fall, dass hier sehr, 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 sehr viele Command-Blöcke sind und ich bin gespannt, was genau Teil der Animation ist. Es wird eine sehr kurze Animation, aber es wird eine schöne Animation. Seid ihr bereit, die Tresortür zu öffnen? Ja? Dann drei, zwei, eins, go! Jo, jo. Okay, okay. Wow, 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 wow. Das ist ja mega gelungen. Und auch mit der Schiene im Boden. Schließt die sich noch? Ja, sie geht von allein auch wieder zu. Ja, hallo. Diese Detailarbeit, Leute, das ist ja beeindruckend. Und fährt wieder von alleine nach vorne. Sieht gut aus, ja. Und wird sich jetzt gleich wieder mit Bolzen verankern. Boom. Da kommen die Bolzen von der Seite und verankern die Tür. Super. Also echt beeindruckend. Ich hätte, ich habe viel erwartet und meine Erwartungen wurden übertroffen, meine Damen und Herren. Denn ich dachte jetzt eigentlich, dass wir einfach nur so ein paar Block-Animationen haben. Das ist ja irgendwie, keine Ahnung, was kann man ja machen? Wie animiert man mit Command-Blöcken? Es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist zum Beispiel, ich kann folgendes machen, Z-Block, das ist quasi Z-Block. Und dann kann ich jetzt hier relative Koordinaten vom Command-Block ausgeben. Zum Beispiel so irgendwie. Und sage ich quasi minus 1 Stone. Und dann mache ich einen Folge-Command-Block. Mach den auf Folge. Und sage Z-Block auch wieder. Warte mal, stopp. Z-Block auch wieder. Minus 1, minus 2 Stone. R. R zum Beispiel. Und dann minus 1. Was der Command-Block macht, folgendes jetzt. Also, dieser Command-Block hier, der setzt hier Stein und der hier macht hier R hin. Das bedeutet, wenn ich jetzt diese Command-Blöcke mehrmals nebeneinander baue und dann mehrere von denen baue und das Ganze jetzt über eine Redstone-Kette aktiviere, das heißt quasi zum Beispiel, indem ich von hier nach da gehe und dann hier Observer reinschicke, dann kann ich, Achtung, wie ihr seht, animieren. Beziehungsweise, es hat jetzt nur so gesehen, wie gut funktioniert, wenn ich ehrlich bin eigentlich hätte. Ah, irgendwie wurde der Command-Block nicht gespeichert. Z-Block. Bam, bam. Minus 1, minus 2. R. Irgendwie hat er das nicht gespeichert. Fragt mich nicht, warum er das nicht gespeichert hat. Ah, ich weiß warum. Ich weiß warum, weil ich nicht nachgedacht habe. So, genau. Und dann könnt ihr quasi so animieren. Seht ihr? So, und ich dachte ursprünglich, dass das die Variante ist, die hier gewählt worden ist. Also, dass einfach so irgendwelche Blöcke hin- und weggesetzt worden sind. Aber hier ist es noch eine viel coolere Animation. Ihr seht, die Animation ist so unfassbar flüssig. Viele Zuschauer von mir wissen schon, wie das funktioniert. Es gibt aber bestimmt auch einige Zuschauer, die nicht wissen, wie es funktioniert. Das heißt, an die Zuschauer, die jetzt wissen, wie es funktioniert, danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr da wart. An die Zuschauer, die nicht wissen, wie das hier funktioniert, herzlich willkommen zu einem ganz, ganz, ganz kurzen Exkurs zum Thema Wie macht man sowas in Minecraft? Das ist nämlich etwas brandneues, was in Minecraft hinzugefügt worden ist. Während das Ding sich hier schließt, klicke ich schon mal alles dafür zusammen. Es gibt einen neuen Block. Und dieser Block nennt sich... Nein, 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 es ist kein Block. Es ist kein Block. Es ist kein Block. Es ist... Guck mal, ich kann hier durchfliegen. Seht ihr das? Und das hat was damit zu tun. Eine neue Entität. Also, in Minecraft gibt es immer zwei Dinge, die ihr wissen solltet. Es gibt einmal einen sogenannten Block oder ein Ding. Was man platzieren kann. Und dann gibt es eine Entität. Warum ist das so wichtig? Wenn ich in Minecraft sowas habe, dann ist das ein Block. Wenn ich in Minecraft ein Item habe, was herumfliegt, und ich drücke F3 und B, und es hat diesen weißen Rahmen, dann ist es eine Entität. Alles, was diesen weißen Rahmen hat, Entität. Spieler, quasi auch eine Entität. Dinge sind Entitäten. Zum Beispiel auch, wenn ein Kolben sich ausfährt, dann ist der Kolben, während er ausfährt, in dem Moment eine Entität. Es ist ein bisschen schwierig, das zu sehen, zu erkennen. Ist aber der Fall. So. Das sind alles Entitäten. Und ich kann mit einem sogenannten Summon-Befehl Entitäten erzeugen. Wie zum Beispiel ein LA. Boom. Da haben wir die Entität LA. Aber ich kann auch die Entität Block Display erzeugen. Was ich jetzt mal gemacht habe, mit dem Status Redstone Block. Das heißt, ich habe jetzt einen virtuellen Block erzeugt. Dieser Block ist nicht physisch. Also ich kann ihn nicht berühren, aber er ist virtuell. Und das Schönste von all dem ist, ich kann diesen Block verändern. Und das Schönste beim Verändern ist, ich kann sagen, in welchem Zeitraum sich dieser Block verändern soll. Und das macht die ganze Sache so interessant. Das heißt, ich kann jetzt folgendes machen. Ich kann mir den Command-Block nehmen. Give the Joe Craft Command-Block. Ich kann den Kommand wo hinstellen. Ich kann sagen, execute as at e. Also quasi, wir müssen jetzt diesen Block irgendwie auswählen. Der ist da. Wir müssen ihn auswählen. Das sage ich quasi typ gleich block unterstrich display distance 10 Blöcke. Das heißt, alle Block-Displays, die in 10 Blöcken um diesen Command-Block drumherum sind. Da wird jetzt ein Befehl ausgeführt. Und zwar run data merge entity at s. Und da können wir jetzt Daten reinpacken. Und hier habe ich zum Beispiel den Datensatz reingepackt. Ey, ich möchte, dass du dich jetzt veränderst. Und zwar auf diese Größe hier. Scale 555. Was das bedeutet, seht ihr gleich, sobald ich den Command-Block aktiviere. Und ich habe eine Zeit angegeben. Ich habe gesagt, ich möchte, dass du damit jetzt sofort startest. Und ich möchte, dass du 100 Ticks, das sind 5 Sekunden, brauchst. So. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Command-Block aktiviere, dann, Achtung. Wird dieser Ratsum-Block immer dicker. So. Ich kann aber noch Dinge ändern. Ich kann nicht nur die Größe einstellen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, ich möchte gerne, dass du dich um 5 Blöcke nach hinten bewegst. Ich drücke drauf. Und der bewegt sich jetzt um 5 Blöcke zur Seite. Und ich kann ganz, ganz crazy Sachen machen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, ich möchte gerne, dass du deine Rotations änderst. Ja. Das wird dann richtig verrückt. Das heißt, wenn ich jetzt den Command-Block ausführe, dann passieren Dinge, die ziemlich illegal sind in Minecraft. Und mit illegal meine ich wirklich, ich kann zum Beispiel auch hier sowas hier eingeben, gar kein Problem. Dann drücke ich das hier und der Block wird auf eine unendliche Größe gestreckt. Und ja, das geht in Minecraft. Es geht alles in Minecraft. Und natürlich kann ich jetzt auch Folgendes machen. Ich kann wieder sagen, bitte alles auf 1. Bitte auf 1. Bitte auf 1. Bitte auf 0. Bitte auf 0. Bitte auf 0. Bitte auf 0. Und das Ganze bitte in den nächsten 10 Sekunden. Und go. Jetzt dauert es 10 Sekunden. Und in 10 Sekunden ist der Redstone-Block wieder ganz normal da, wo er die ganze Zeit war. Ihr seht quasi. Das ist fast schon ein bisschen illegal. Und wupp. Oh. Er ist quasi erst verschwunden. Ich habe ein Fehlerchen gemacht. Hier hätte eine 1 stehen dürfen, glaube ich. Die ich nicht richtig gespeichert habe. Hier hätte eine 1 stehen dürfen. Ja. Okay. Alles klar. Ist er jetzt glücklicher. Ja. Und jetzt taucht einfach ein Redstone-Block hier aus dem Nichts auf. Ach ja. Das sind die sogenannten Block-Displays. Also quasi, das ist eine neue Technik in Minecraft, die man nutzen kann, um Blöcke zu spawnen. Und das wurde hier die ganze Zeit gemacht. Das heißt, in dem Moment, in dem ich auf den Knopf drücke, werden alle Blöcke hier durch Block-Displays ersetzt. Und anschließend werden diese Animationen ausgeführt. Das heißt, die Bolzen werden als Block-Display so zur Seite geschrieben. Das ist ein Block-Display. Das ist jetzt alles auch ein Block-Display. Wir sehen die ganzen Pfeile und so. Und können jetzt quasi manipuliert werden. Das heißt, somit wird diese Animation am Ende ausgeführt. Quasi Block-Displays werden die ganze Zeit hin und her gesetzt und dadurch öffnet bzw. schließt sich die Save-Tür. Sehr beeindruckend auf jeden Fall und eine wunderschöne Einsendung. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was dazulernen. Und an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch die Videos hier Spaß machen, überlegt, ob ihr vielleicht diesen Kanal abonnieren möchtet. Und alle weiteren Informationen zu dieser Einsendung findet ihr in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Bis dann. Bis dann.